Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Portal Mail Star Wars. Ich wollte schon wieder Star Wars sagen. Naja, ich hab ein bisschen überlegt. Ja, das mal hab ich nur überlegt. Und bin relativ schnell mal wieder auf die Lösung gekommen. Ist, ist, äh... Ja, ich hab das Gefühl, dieser Bereich steht im Zeichen des... Ah, des Transportstrahls. Also im Wechsel davon. Ich glaub, das klingt ein bisschen nasa. Ah, naja. Ähm... Deshalb werden wir mal kurz hier und da... Es ist ein ähnliches Prinzip in der letzten... Beim letzten Mal, wo ich ein bisschen hing. Und sogar nachgucken musste. So, ne? Plopp. Jetzt sind wir draußen. Nein, 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 nein. Gibt das nicht? Äh. Ich hab's eigentlich getestet. Ne. Glaub mir. Nicht dein fucking Ernst. Aber seht ihr, so kommt man mit dem Strahl hier. Na toll. Es ist früh am Morgen. Und ich nehm auf, ey. Will. So. So kommt man da nämlich hin. Und da sind alle... Hi, Handy. So. Plopp. Plopp. Oh, Plopp. Alter! Ich will doch nur raus. Weil hier kann ich das ja nicht hinsetzen. Boah, wie mich das grad aufregt. Eben ging's. Muss mich irgendein... Ich stell mich einfach da hin. Oh Mann, oh mein Gott. Ja, 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 ja. Nachdenken wird er überhaupt nicht. Jetzt ist es echt nur... Weißt du, eben... Als ich's kurz angetestet hab, ich teste ja sowas, solche Ideen vor, bevor ich dich hier ganz stolz präsentiere. Ey, äh, auf Anhieb, alles töfte. Komm, auf der anderen Seite. Danke. Danke. Das Blöde ist... Warte mal, wenn ich den jetzt wegnehme. Gut. Dann komm ich da hoch, mit dem Würfel. Warte, wir speichern noch mal kurz. Speichern! Hi. Tada! Da. Achso, das gehört das einfach. Hi. Da, hi. Jetzt hab ich grad von den zweiten geguckt. Oh Gott, ähm. Hallo? Portal? Wiedersehen. Hi. Na? Funk blitzt ein bisschen, aber... Ist ja gut. Wie bringe ich denn jetzt hier raus? Also, im Er... Mein Mann, lass es... Achso, so mache ich... ...den Strahl aus. Ach Gott, ich muss ein bisschen korrigieren. So. Mal nach hinten. Nein, falsch. Fa... Da. Da. wunderschön jetzt habe ich den hier das ist einfach also jetzt habe ich den hier die sache ist ja mit dem portal muss ich den hierhin lenken oder nix einfach weil das habe ich hier schon wieder level einfach werden ja also einfach kann also ich kann den technisch gesehen ganz leichter reinpacken aber also da ein portal dann total schon drin aber komm ich ja nicht mal rein weil so komme ich ja jetzt mit portalen und auch wenn wir auch nicht so für die jahrzehnte die sache sind ich muss auf jeden fall da das ist blöd und die portal nehmen ich gar nicht oder ich habe ich nix auch wenn ich hier ein portal mache und das dann hier raus geht müsste eigentlich nicht eins haben was in die richtung guckt das habe ich nicht aber darum käme ich ja eh nicht rein eigentlich muss ich doch hier nur die sachen so positionieren dass ich die einmal initialisieren kann und wieder zurück weißt du sohn so einfach aufgebautes level aber trotzdem wir können so kacke ja 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 so könnte ich glaube ich sogar noch mal guck mal wunderbar ne ja das ist jetzt auch so neu das ist auch dafür nötig moment mal genau hier habe ich eine portal fläche das spiel macht es einem aber auch nicht einfach zum beispiel wenn ich den strahl einfach wieder und jetzt das marsch ich sehe zum beispiel hier als rein lenke komme ich zwar durch ich möchte eigentlich eine fläche finden von der ich alles vorhanden muss da stehen bleiben das ist auf jeden fall klar das geht auch nicht ich nicht dein fucking ernst geil das war nicht geplant äh lass mich rüber springen ich meine nur ich brauche eine portal position einfach nur suchen der suche der findet ich brauche eine portal position von der ich also eigentlich hier irgendwo in dem bereich auf der höhe hier geht nicht hier kommen wir ich kann es zum beispiel hier machen und immer noch so ich kann es zum beispiel hier machen und immer noch so dann komme ich halt rein mit den portalen was mir aber herzlich wenig bringt weil wenn ich jetzt hier im portal setze und würfel korrigiere müsste ich jetzt da wieder im portal dann kann mich nicht mehr zurück ich habe die idee ich habe die idee das hat ein bisschen lang gedauert also die arbeiten hier echt viel mit so ein paar tricks also da darf sich immer wieder rein denken das ist so eine sache gut gut da weil keine blue screens ausnahmsweise hey we're finally at the production facility i've been able to find a rail a bit further on i'll meet you up ahead good you should find a way out of this test chamber before your portal guns black hole violently implodes i mean anyway beyond one of these walls are catwalks leading to the end of a manufacturing line okay das praktische ist du musst das jetzt ja gar nicht lösen ich weiß auch nicht ob das überhaupt geht das wir können mal gucken au hm ok ok läuft würde bestimmt gehen ich habe da jetzt kein interesse dran wiii we going through the weight and storage cube manufacturing it's now or never we've got to make our move on aegis and destroy it organic threat presence shown on scanners hi hi ähm ist alles im arsch ah war gut die tür geht einfach arsch langsam ab und das ist ein stück wo sie testen ob die kubes die wirkliche knacken können können das ist ein feitliches Test ein kubes die nicht knacken können können das ist eine total waste guck doch mal testi test 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 uiuiuiui darf ich durch dacke ich dachte die tür geht von alleine mein wühlbein hier echt nicht so leicht durchlassen kann das so ach guck doch mal da sind die versorgen warum warum baut man solche türen das die auch wenn es gibt du so ich will hier wir Wieso? Also ich weiß es, klar, aber warum? Er kam auf die dämliche Idee. Die Menschen-Office sind auf die Stärke. Es gibt keine Kameras in dieser Teil der Facilität, also Aegis wird nicht mehr vertreten können. Aber trotzdem, wir müssen ihn wegnehmen, wenn ihr diesen Ort verlassen wollt. Insofern, wenn ihr durch die Office gehen, dann gehe ich durch die Servicearee. Da muss ich jetzt zum Beispiel auch explodieren, oder? Ist aber eine Menge kaputt. Ui, was ist das denn? Ach, da sind Chips. Chips gibt's. Hi. Ui. Da drauf zocken. Okay, so kann ich nur ein Gamer denken. Oder sich einen Film reinziehen, das ist doch was. Ja. Cubis. Keep offline. Okay. Gut. Ja, nein, Katzen. Däm. Das nenne ich Beamer. Wieso blau? Ne, nein, nein. Ach egal. Der Einzige, der noch an ist. Was steht denn da? Warning. Küche geht er. Gut. Die Pflanze hat, glaube ich, auch schon mal bessere Tage gesehen. Hä? Lebt die noch? Die lebt noch! Warte? Ne, keine Ahnung. Ist so dunkel da. Ich war manchmal, wir ist so dunkel hier drin. Ich kann dich nie hören. Ich habe mich jetzt alles angeguckt, wie ich bin mir. Hallo. 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 Herr Guard, ich dachte, dass du vielleicht irgendwie verletzt hast. Insofern, wir sind fast an Aegis der Facilität. Entschuldige deine Hand hier. Die Metalpläten werden dir helfen, wenn sie dich verletzen. Kannst du dir glauben, dass es sechs von diesen Pläten dauert, um einen Cube zu machen? Ridiculous! Wo muss ich überhaupt kommen? Wahrscheinlich brauche ich einen Würfel oder sowas. Natürlich ist es auch wieder zu, wie immer. Warum soll auch irgendwas für mich offen sein? Muss ich jetzt... wohin? Ach so, okay. Ich hab nur gerade geguckt. Blup! Bäh! Bäh! Au! Juh... Gut. Alles dürfte hier... Aperture... 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 Wenig. Juh... Egersson wurde... Jagiss des Läirs... ... Qing. Was ist ein beeindruckend. By tad ein schönes Er gráfic. Wie stoked! Ich mache das. conditioner... Ich lass den Vortortune, ... àn teilt. Ob du dasst springsteck hat... ... aber ich glaube, ich kann es Hilfe nur... ... Nurs. W ein Moment. Rief. Das war doch! Wir gehen! Aintra, P inmates! Das reminds me of the day I ended up falling down into those junkyard offices. Dark room, no lights, hit the end of a management trail and down I went. Luckily I found you still alive in that vault or I have been stuck there forever. So, thanks for that. Bitte schön. Du nidest mensch. Utamai. Coffee. Careful. Careful. Oh. There is a hole in the floor ahead. Just a bit further and we can get to the mainframe rooms. There should be a lever near that door to open it up. Funktionieren tut hier mal wieder nicht. Are you ready, Mel?